Hütter kommt vorne und verhebt hier auf Land 1. Die Zündung ist der Hütter, Fündung fehlt noch einmal an. Die Vortofoster Hütter auch mit guten Positionen. Mit dabei hier in der PSV-Left von Masukou. Siegentscheidung. Ist doch alles genug, weiß nicht, ob ich wieder auf den Monodok gehalten habe. Die Kamera wieder auf. Aber es sieht gut aus. Weißt du, warum sie ausgehen? Weil ich aufnehme nicht. Die Vortofoster Hütter, die hier verdammt schnell unterwegs sind. Selina Wundrich. Die Gleideur gesandtiert nun auch noch in den Pokalrängen. Könnte hier jetzt noch weit mit der Zündung auf. Ganz weit nach vorne fahren. Selina Wundrich immer noch vorne auf Platz 1 unterwegs. Souveränes Rennen für die Startnummer 871. Von Rudolf auf der 2. Und die neue Vortofoster Hütter sind jetzt auf 2. Und auf 3. 2. Und die 2. Und die 277 hier. Von Rudolf. Mit seinem Begriff. Aber vorne ganz stark. Das hier nochmal. Die Rennen ist genau zu mir. Hütter Hütter. Hütter Hütter. Hütter Hütter. Hütter Hütter. Hütter Hütter. Und mit dem Popalbeckerhausen. Das ist absolut sicher. Platz Nr. 1 für Sie. Die Rennen wird vorbereitet. Gebäude Forstaputze. Hütter Hütter. 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 Das war's.